Wie ein Verrückter riss Piero Manzano das Lenkrad herum, während die Kühlerhaube seines Alpha unbeirrt auf den blassgrünen Wagen vor ihm zuglitt. Er stemmte beide Arme gegen das Lenkrad, glaubte das hässliche Geräusch, mit dem sich zwei Karosserien ineinander verkeilen, schon zu hören. Bremse, schlitternde Reifen, im Rückspiegel die Lichter der Autos hinter ihm, gleicht der Aufprall. Der Moment dehnte sich. Manzano dachte irrsinnigerweise an Schokolade, die Dusche, die er eigentlich in zwanzig Minuten zu Hause nehmen wollte, das Glas Wein danach auf dem Sofa und eine Verabredung mit Carla oder Paula am bevorstehenden Wochenende. Mit einem Ruck kam der Alpha zum Stehen, Millimeter von der Stoßstange des anderen entfernt. Manzano wurde in den Sitz zurückgeworfen. Die Straße war stockfinster, Ampeln, eben noch grün, waren verschwunden, hinterließen nur ein schemenhaftes Nachleuchten auf Manzanos Netzhaut. Infernalisches Gebrüll aus Hupen und kreischendem Metall umfing ihn. Von links rasten die Scheinwerfer eines LKWs heran. Wo eben noch der blassgrüne Kleinwagen gestanden hatte, sauste eine blaue Wand durch einen Funkenregen. Ein heftiger Stoß schleuderte Manzanos Kopf gegen die Seitenscheibe. Sein Wagen wurde herumgewirbelt wie ein Karussell, bevor ein weiterer Aufprall ihn stoppte. Benommen sah Manzano auf und versuchte sich zu orientieren. Eins seiner Abblendlichter beleuchtete tanzende Schneeflocken über dem schwarzen, nassen Asphalt. Von seiner Kühlerhaube fehlte ein Stück. Ein paar Meter weiter vorne die Rücklichter des Lastwagens. Manzano musste nicht lange nachdenken. Mit fliegenden Fingern öffnete er den Sicherheitsgurt, tastete nach seinem Mobiltelefon und sprang aus dem Wagen. Erste Hilfekoffer und Pannendreieck fand er im Kofferraum. Er hatte zwar keine Ahnung von erster Hilfe. Seit der Führerscheinprüfung vor 25 Jahren beschränkten sich seine medizinischen Einsätze darauf, ein Pflaster zu kleben oder einen Kater zu bekämpfen. Trotzdem riss er Koffer und Dreieck an sich und rannte los. Im Vorbeilaufen sah er einen Wagen. Von der linken Vorderseite und dem Kühlergrill hatte der LKW nicht viel übrig gelassen, das linke Vorderrad tief in den Blechsalat gedrückt. Der Wagen war Schrott. Die Fahrertür des LKWs stand offen. Manzano lief um das Führerhaus und erstarrte. Die Lichter der Autos auf der Gegenfahrbahn schufen eine gespenstische Stimmung. Auch hier war es vereinzelt zu Zusammenstößen gekommen, der Verkehr stand. Der blassgrüne Kleinwagen war zusammengequetscht auf die Breite des Fahrersitzes und klemmte schräg unter der Stoßstange des Lastkraftwagens. Aus einer Kühlerhaube oder dem, was davon übrig war, stieg Dampf und hüllte die Szenerie ein. An der völlig verzogenen Fahrertür rüttelte ein stämmiger, kleiner Mann in einer gefütterten, ärmellosen Jacke. Der Lastwagenfahrer, vermutete Manzano. Er konnte sehen, dass der Mann schrie, doch das allgemeine Hubkonzert übertönte ihn. Weitere Menschen eilten zu der Unfallstelle. Manzano stürzte zum Wagen. Was er sah, ließ ihn wanken. Der Aufprall hatte den Fahrersitz aus seiner Verankerung gerissen und der Beifahrerin buchstäblich auf den Schoß gesetzt. Der Fahrer hing leblos im Sicherheitsgurt, den Kopf, seltsam verdreht, vor sich den schlaffen Airbag. Von der Beifahrerin war nur ein Arm und der Kopf zu sehen. Das Gesicht war blutverschmiert. Die geschlossenen Lider flatterten. Ihre Lippen bewegten sich fast unmerklich. Die Bemühungen des Lastwagenfahrers blieben vergeblich. Ambulanza! schrie er dem Lastwagenfahrer zu. Rufen Sie einen Krankenwagen! Die verletzte Beifahrerin flüsterte noch immer. Manzano verstand nichts. Verzweifelt suchte er nach einem Lebenszeichen im Gesicht des Fahrers. Durch das zerbrochene Fenster griff er an dessen Hals. Puls fühlte man nicht am Handgelenk, so viel hatte Manzano sich gemerkt. Er fand nichts. Er tastete den Hals weiter ab, als der Kopf noch ein undenkbares Stück weiter nach vorne fiel. Entsetzt fuhr Manzano zurück, kämpfte gegen den Brechhals an. Kein Netz! rief der Lastwagenfahrer. Die Lippen der Beifahrerin bewegten sich nicht mehr. Nur kleine, blutige Bläschen im Mundwinkel, die sich bei jedem Atemzug neu bildeten, zeugten davon, dass sie noch lebte. Der Krankenwagen hat jemand einen gerufen! Schon geschehen, antwortete ein Mann in einem Anzug, auf dessen Schultern sich Schneeflocken sammelten.